Gerade, dass sie nicht irgendwo anrennen. Läufer sind Autisten. Meistens haben sie auch noch so einstöpster. Das ist ein sehr schwuliger Altermann. Da braucht man auch eine Reaktionszeit, also von dem Sermon, dass man sich erholt hat. Du hast gestern gesagt, man muss ganz schnell anschließen. Hast du gesagt. Aus Mut. Baff, 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 baff. Aber vielleicht nicht bei diesen letzten zwei Sätzen. Fällt mir leichter. Wenn es direkt ein Gedanke ist zu dem, was der André gesagt hat, aber wenn es quasi eine Schlussfolgerung ist, dann muss man die Gehirnarbeit dazwischen spielen. Zusammenfassend möchte ich sagen, du bist ein sehr alter, schwuliger Mann. Ich sage aber, du bist ein sehr schwuliger Altermann. Wenn es dir recht ist. Ja, genau so hätte ich es spielen wollen, früher. Bevor mir der Regisseur gesagt hat, anschloss. Anschloss. Oder sie lacht. Sie können ja mal auslachen. Können sie mal nicht auslachen. Weil das sind Autisten. Meistens haben sie auch noch Ohrstöpsel. Du bist ein sehr schwuliger alter Mann. Zumindest du ihn nicht so, wie wenn ich... Das ist ja nämlich gut, wenn du plötzlich so loslassen kannst. Zumindest du ihn krampfhaft, so wie wenn ich jinger war, als ich bin. Ich bin ihn ja. Ja, aber krampfhaft. Volk.